Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Garden Pause mit der lieben Sireka Mori, die hinter mir steht. Hallo! Wir entern jetzt Dungeon. Asking. Ah. Wir müssen alle zusammen rein. Cool. Yeah. Warst du eigentlich schon mal drin? Ja. Ich auch. Ich bin sogar sehr, sehr weit gekommen damals. Ich bin durchgekommen, tatsächlich. Also durch nicht, der Boss hat mich geschafft. Ich hab's geschehen. Hier müssen wir rein. Ach, cool, cool. Das haben die geändert. Das verfreulich mich nicht so. Das ist cool. Auf geht's, prügeln. Jetzt gibt's Haue. Waiting for Host. Ja, da. Hier ist schon das erste Team. Ach, sind wir alleine? Nee, nee. Du bist nur auf der anderen Seite. Cool, ich hab eine Geode. Guck, hallo. Obacht. Au. Geode. Ne Chi-Od. Oh, Donchenwein. Cool. Du musst auch Steine haben, guck mal. Die geben auch haben, zwei was. Ich weiß. Kohle. Ich hab Kohle. Ich greife eine an. Vorsicht. Wie kann er's wagen? Das arme Ding. Oh, ist einer an mir kaputt gemacht. Ah, da hinten. Dungeon-Schwurm. Dungeon-Schwurm. Ah, hier ist noch ein Stein. Ein Schatein. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Gab, hier sind wir fertig mit dem Teil. Ah, hier ist noch was. Hupala. Entschuldigung. Hä, was war das eben? Ich hab aufgestoßen. Ach so, ich dachte schon. Ich hab Schupala gesagt. Schupala. Schupala. Wupp, wupp. Gibt die Dinger auch nicht auch was, die hier? Hm? Oh, Insekten. Cool. Hä? Wo? Was? Wie? Äh, die Dinger hier. Haben bei mir Insekten gegeben. Ah. Ach so. Ja, da kriegen wir draußen. Da kriegen wir eigentlich draußen genug. Ja, ja. So, weiter geht's. Komm. Ja. Yeah. Damage Tarken. Au. 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 Oh, da. Dreck, sagt der Bläder. Voll das Dolby Surround hier. Schon. Wobei, bei mir geht's eigentlich grad. Oh, ein Lapis Lazuli. Lapis Lapupia. Ja, Lapis Lapupia. Was ist das hier? Ja, bis auf die Steine und so, meint ich jetzt. Glaube schon, ja. Da kamen wir her, da drüben ist es. Hui, hui. Ich verlaufe mich ja so gerne hier. Dafür hast du ja eine Map. Diese Hellsteine geben Geoden, das ist gut. Jupp. Obacht! Au. 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 Alter. Ja, ich laufe natürlich direkt da rein, aber was ist denn los? Kling, 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 kling. Oh, was ist das denn? Dungeon Dusk. Alter. Boing. Eine Kiste. So, ich glaub, die hier sind wir aufwärtig. Warte mal, ich hab irgendwo noch eine Kiste gesehen. Ach, da vorne, ja. Aha, hier in den Dungeons kann man mit, mit, äh, mit Rechtsklick, kann man schneller laufen auch. Hier ist noch eine Kiste gewesen. Ich hab Pyrite gekriegt. Ich hab Pyrite gekriegt. Was, Pyrite? Ach so. Ja. Wird doch schön. So, auf, weiter. Ja. Ich hab nicht die geringste Chance gehabt. Das arme Ding. Oh, was? Explosion Gem. Perfect. Enemies have a chance to explode. Okay. Hab ich das gekriegt? Ja, tatsächlich. Oh. Au, 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 au. Alter, habt ihr den Arsch offen? Ihr könnt doch, ihr könnt doch nicht einfach. Ihr könnt doch nicht einfach. Achtung. Ich greife an. Ah. Du, 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 du. Leben. Echt? Ja, ich hab Leben gekriegt. Ich auch. Seh ich grad. Ja, wenn wir hier kein Leben kriegen würde, wären wir, glaube ich, schon lange tot. Ja, gut möglich. Was ist Kohle gut? Äh, für den Ofen. Ah, gut. Yeah. Der war hinter dir. Ups. Das ich nicht gesehen bin. Ah. Das ich nicht gesehen bin. Au. Autsch. Lass ich mal kurz umgucken, bevor du einfach wieder irgendwo reingehst. Naja, mehr als Stein und Zeug ist er sowieso nicht. Gelegenheit. Ja, manchmal sind da hier sowieso kleine Kisten. Ach, stimmt ja. Diese viereckigen Würfelkisten da. Genau. Oder halt auch richtige Kisten, wo du auch draufdrücken kannst. Deswegen hab ich ja... Warte erstmal, bevor du einfach reingehst. Ich bin mal gespannt. Oh, da ist die Kiste. Warte mal. Oh, da ist die Kiste. Oh, da ist eine große Kiste. Oh, da ist eine große Kiste. Hey. Oh, entschuldige. Ich hatte dich für so ein hässliches Monster gehalten. Ja, ja. Tog schon wieder. Entschuldigung. Bin ja auch so hässlich, ne? Ja. So, wir können. Genauso hässlich wie ich. Ja, wir können. Finding the way. Oh Gott. Die spawnen hier alle direkt vor mir. Oh Gott. Sammelst du auch die schöne Sache rein? Ja, natürlich sammelst du das rein. Nein, ich mein mich selber. Ach so. Oh, ich dachte, das war an mich gerichtet. Nö, an mich. Wieder eine Geode. Eine Geode. Ich kann jetzt wagen. Oh, ich hab Klee. Ich wollte gerade sagen Klee gefunden. Ich hab Lehm gefunden. Okay. Batsch. Autsch. Autsch. Na, Kohle. Kohle? Kohle. Weißt du, das ist das Brennstoff, das von der Kuh fallen gelassen wird. Das ist die Kohle. Kohle. Naja, ich hab 38 mal Kohle einstecken. Ich hab 21. Oh, da ist noch mehr. Was macht man eigentlich mit diesen Steinchen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, da liegt noch ein Kristallchen. Hi. Hi. So, ich glaube, wir können weiter. Okay. Ah, mein Ärmel rutscht runter. Ich muss noch sagen, was ist mit am Ärmel? Au. 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 Ist gut jetzt hier. Huch. Huch. Wo kommt der her? Ah, ich glaube, mit dem Geld kannst du dann aufrüsten oder so? Mit dem Geld? Mit diesem Stein? Ja. Ich glaube, da kannst du ja Ausrüstung kaufen oder sowas halt. Oh, was ist das? Kupfererz. Ah. Schick. Ich bin allein. Ich könnte Leben gebrauchen. So schlecht bei dir? Naja, fast. Bleh. Au. Ja, die haben mich ganz schön angebumst da, ne? Stimmt. Da fehlt aber noch einer hier. Ach, ein bisschen... Bleh. Diese kümlinge Steinviecher sind hässlich. Oh, eine goldene Truhe. Ich hab Clay, äh, äh, Leben gefunden. Ja, hatte ich vorhin auch. Oh, Leben. Und ein Meteor-Pin. Okay. Noch mehr Leben. Bin voll aufgeladen. Ah, ich will auch. Ich will auch voll aufgeladen sein. Ich hab dich gesehen. So kacke viel. Ah, ein bisschen Leben. Ne, wie gesagt, ich bin komplett voll. Was ist das denn? Ach so. Ah, jetzt bin ich nicht mehr voll. Hm? Ach so, von dem Ding, ja. Das hat mich durch die Wände erwischt. Haha. Tut, 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 tut. Ja, Leben. Oh, was, was ist das denn? Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Place in Hotbar? Dealing Damage Heals for one health. Enemies have a chance to exploding when killed. Oh, cool. Okay. Ich glaub, das sind solche Special-Dinger. Die bloß hier ein paar zusätzliche Fähigkeiten, glaub ich, geben. So. Wirklich? Ja. Wir müssen dahinter, aber. Miau. Wo, 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 wo siehst du eigentlich? Hm? Was, wo siehst du eigentlich, was was kann? Äh, wenn ich mit der Maus rüberfahre, heißt, steht das dabei. Bei mir nicht. Okay. Oh Gott. Könnte hier etwas Unterstützung brauchen. Äh. Etwas viel Unterstützung. Ich bin ja dabei. Aua. Ist natürlich auch nicht so gut, wenn man durch die Finger durchläuft. Aua. Kackviecher. Kackviecher. Bäh. Mega Kackviecher. Obacht. Ich schieße auf Turm. Oder was auch immer das darstellen soll. Guck mal, da ist Leben. Hier ist Leben. Warte. Hier auch. Ja, hier ist aber noch mehr. Ja, zu spät. Jetzt habe ich es rangezogen. Das Vieh ist verschwunden. Ja, das passiert manchmal. Die backen sich dann gerne weg. Uh. Was ist das hier? Achso, das habe ich ja weg. Hier ist nochmal Leben. Äh. Hier war nochmal Leben. Oh Mann, das hat manchmal ein Radius. Das ist unglaublich. So, Achtung. Mach du mal auf. Äh. Mach du mal die Kisten auf. So. Bin voll. Gut. Dann können wir weiter. Wie weit geht es jetzt eigentlich hier noch runter? Ich glaube, nach einer Weile ist es einfach unendlich. Und alle paar Level kommen dann irgendwann mal so ein Boss. Oder einfach nur eine Kiste. Äh. Ja, irgendwann war ich so müde, dass ich keinen Bock mehr hatte, weiter runter zu gehen. Ah, okay. So, jetzt kommt ein Boss. Ja. Close the portal. Das arme Ding. Der weiß doch gar nicht, wo anfangen soll. Ah, Vorsicht. Au. Das tut echt weh. Au. Autsch, ouch, 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 ouch. Ja, renn genau rein. Das ist eine gute Idee. Das war schon immer eine super Idee. Au. Au. Junge, wo ziehst du denn hin? Au. 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 hoch was hat herz amulett ich kann nichts mehr da liegt noch ja schmeißt hat man das zeug raus was ich auch habe wäre vielleicht nie die treasure bag kann ich das aufmachen ja kein platz jetzt sei wie wär's wenn du das zeug raus schmeißt das ich auch habe zum beispiel klee oder sowas ja da kann ich nur noch nicht mehr viel einsammeln schmeißt mal den klärer aus kleser ich den den ja genau das was sonst noch den dungeon das da hast du ja auch hat von oder die pilze oder die die ranken oder sowas das hast du ja mit sicherheit auch alles auf gesammelt aber das kann ich rausschmeißen da das kann die rausschmeißen so zack ich noch platz kann ich jetzt aufmachen wo wo was das eine dungeon box alter was habe ich denn alles gekriegt ich habe keine dungeon box gekriegt aber was ist ein meteor pin wirft den mal raus dass ich mir das mal an grüße critical chance on damage ja das muss ja genau ja das musste in deiner hotbar unten haben und dann kriegst du das was da dabei steht okay so dann wollen wir weiter da wird es noch mal runter oder wird zu hoch jetzt wir können wir können auch gerne mal normal weitermachen ja wir sind schon bei 26 minuten aber warte mal was ich noch mal gucken möchte wenn wir runter gehen ob da ein laden kommt oder ob das ja guck da kommt ein laden da ist ein laden ja eine kiste 5000 alter ja guck mal hier sind dings tag feller du kannst healing powder machen mit dann mit dungeon schroom und dungeon vine oh oh dungeon crate live in the bottle but rescue it once when you kill it das ist alles so teuer so viel zeug hab ich nicht ich finde das doof dass man nicht handeln kann ja das stimmt weil ich hätte gern das teil da ja ich auch aber ich habe keine 5000 ich habe nur 3004 ich habe nur 3900 ja komm ich hoffe man behält diese scherben ich weiß es nicht ich war nämlich bis ich war nämlich nur einmal drin und ich war dann nach kein zweites mal drin müsste man nachgucken jetzt rausgesetzt mein ladebildschirm ist mal vorbei ja der lädt relativ lange wundert mich aber nicht ich habe noch 3004 später ja super wird mir sogar hier noch angezeigt ja hallo ja 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 also man kann diese scherz umtauschen in Geld und ja. Was steht da? 1000 Shards für 500 Coins. 1.000 Coins, Trade All Dungeon Shards. Ich will die aber gerne aufheben, ehrlich gesagt. Ja. Oh, jetzt spricht der Deutsch. Waffen sind nur so gut wie die Personen, die sie führen. Denk immer daran, Kumpel. Wow. Aber hier ist noch eine Kiste, guck mal. Kannst du die aufmachen? Ja. Ah, auch cool. Oh, was sehe ich da hinten? Geht nicht. Das hast du natürlich schon getestet, ne? Natürlich. Take a nap. I would... I want to take a nap. Ich nicht. So, jetzt geht's erstmal wieder arbeiten hier. Ja. Eventuell noch ein bisschen was verkauften. Aber wir sollten vielleicht noch mal eine Kiste herstellen. Ja. Ich hab keinen Platz mehr. Ich hab keinen Platz mehr. Lapis, Lapupia. Ach, komm, nimm mal diese Gänseblümchen da raus. Püh. Geht der große Baum da auch? Musst du ausprobieren. Ja, er geht auch. Nö, 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 nö. So. Ach ja, ich muss ja noch in die Stadt und muss meine Werkbank abholen. Ja. Fortsgesetzt, ich krieg jemals mein Inventar leer. Nope. Nicht wirklich, ne? Nö. Was kannst du mal auf mich gerade Holz hacken? Dö, 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 dö. Nein. Alles voll. Jep. Alles voll. Haben wir schon irgendwo Kohle? Ich glaube, nichts. Nein. Doch. So, ich geh mal Ja, wir haben Clay hier. Ja, die hab ich gerade rein. So, ich geh mal eben Werkbank holen. Da kann man, glaube ich, große Truhen bauen. Ja, wär gut. Und ein Kleiderschrank. Und Kleiderrank. Oh, ich seh da oben eine Kiech steh. Ja, es kam Platz mehr. Ein bisschen happig noch. Pyrite, Kupferlitz, Dungeonstone. Jede Menge Blume. Blumens. Blume. Die Blumensgrube. Jep. Die Blumensgrube. Okay, machen wir es so rum. Da, 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 da. Alter. So. Ich höre schon wieder an den Kiech steh. Kiech steh. Kiech steh wo? Ach, Kiech steh wahrscheinlich in der Höhle drinnen. Bläh. Ach, noch mehr Blume. Willst du mich verarschen? Könnt ihr mal mit deiner Blume aufhören? Was brauche ich noch? Wusstest du, dass du mit bestimmten Bauwerken Boni bekommst? Zum Beispiel, wenn du deinen Shop vergrößerst, dann bekommst du fünf Energie dazu. Du kannst Aufträge hier bei meinem Tisch abgeben. Mit deiner Hilfe können wir Florence aufbauen und neue Händler und Kunden begrüßen. Du kannst hier bei meinem Tisch immer einen Auftrag abgeben. Ja, weißt du, wir dürfen hier alles machen und ihr hockt euch einfach die ganze Zeit auf eure faulen Ärsche. Ja. Das ist wirklich so mit das Einzige, was mich an dem Spiel echt extrem stört, dass du wirklich alles selber alleine machen musst. Ja, das nervt schon. Hier ist deine neue Werkbank, wie versprochen. Sobald du es platziert hast, kannst du auf weitere Handwerksrezepte zugreifen. Ich habe einige hinzugefügt, damit du starten kannst. Hier ist die fertige Werkbank und der Bauplan, damit du deine eigenen herstellen kannst. Sobald du es platziert hast, kannst du es aufheben und mit einem Hammer bewegen. Unlocked Blueprint Kochstation. Cool. Das ist aber keine Werkbank. Nicht wirklich. Das Lustige ist, wir haben jetzt zwei Werkbänke, weil meine fliegt jetzt draußen rum. Schön. So, ich bringe noch ein bisschen Erz mit. Ich habe ein paar Goden aufgeknüppelt. Yay, ein Stein. Silber. Kupfer. Nochmal. Nochmal. Silber. Kupfer. Juhu. Jede Menge Staff. War nämlich noch eine Höhle? Ah, da drüben. Miau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können noch ein Haus bauen, komplettes. Ja, wir haben ziemlich viele Möglichkeiten hier. Holzkiste. Ja, toll. Was fehlt mir eine Holzkiste? Ich brauche eine Storage. Storage. Du musst in deine Werkbank gucken. Bin ich gerade? Oh. Dann musst du mal gucken. Da gibt es, glaube ich, eine Storage-Werkbank oder sowas. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Gibt es da eine extra Werkbank für solche Sachen? Es gibt eine Holzmöbel-Werkbank. Okay. Oh, geil. Geoden. Ich habe noch mehr Geoden. Ah. Storage-Werkbench. Genau. Das war es, was ich meinte. Da brauche ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was brauche ich? Wie viel? Zehn. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Äh, zehn davon. Nicht in doch Spatze in Inventory. Sechs. Tut mir leid, Blümchen. Du musst mal weichen. Oh, Gold. Schon wieder nicht genug Spatze. Ähm. Wunkel habe ich jetzt noch. Viel muss ich noch machen. Äh, hier. Äh, sechs, vier. Äh. So. So, ich komme nach Hause. Not in that space. Ja, not in that space. So, das habe ich die ganze Zeit schon. Ich habe nie genug Spatze. Und ich kann auch keine Eier mehr mitnehmen. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Ich weine. Oh, da oben ist schon wieder eine Kiste. Alles voll. Alles voll. Großer Kleiderschrank. Paint-Storage-Crage. Das war es auch schon. Es ist nichts interessantes dabei. Okay. Eine Kostüm-Truhe. Eine große Truhe, die 30... Ah, eine große Truhe, die 30 Items fassen kann. Uh, das klingt doch spannend. Ja, wir brauchen nur wieder Holz. Das macht ja nichts. Holz haben wir hier überall. Baukisten. Oh, was sehen meine entzündeten Augen. Keine Ahnung. Wenn sie entzündet sind, sehen wir wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, das bleibt jetzt da oben hängen und kommt nicht runter. Boxli, eine Mystery-Box. Kein Spatz. Ach, komm. Du sollst nicht das Golderz wieder aufheben, du Jockel. Du sollst die Kirsch da aufmachen. Übrigens ist, äh, die Stowage-Tisch hinter, äh, hinter unserem Haus. Also, neben unserem Haus. Okay. Ja, ich konnte nicht anders da. Vier Stück brauche ich da davon, okay. So, jetzt habe ich vier. Da brauche ich sechs. Oh Gott. Nein. Nein, wo liegt's? Da liegt's. Lass mich's noch aufheben. Schneller. Uff. Meine, meine Dungeon-Blätter noch aufheben. Ich weiß nicht, ob die morgen weg sind. Keine Ahnung. Und wir sind gleich bei 40 Minuten. Hoppala. Tja, liebe Leute, man merkt, dass wir lange nicht gespielt haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, tschüss. Tschüss.